fast fertig da du das dahin und du machst jetzt bitte das da du brauchst grüne blubbel und weiße blubbel da sind grüne blubbel und weiße blubbel beim beim und es klappt okay jetzt haben wir hydrogen chloride hydrogen chloride brauchen wir für dinge ich brauchte chlor für irgendwas das kalziumchlorid das zinkplatten kann aber herrscher wie sein schmerz heute kein jünger dafür da kalziumchlorid kann ich nicht weil das nicht in dem gebäude gemacht wird sondern in noch na da wenn die an uns wenn ihr an uns was für ein schmarrn und hier ist ganz viel stinkeluft auch stinkeluft die sind nicht mehr am schnüffeln das fällt ja geblinkt und die fälle hier waren massiv jetzt nicht mehr das heißt die dinger sind toll und wir sollten irgendwo ordentlich komplex dafür machen immer mehr kohlenstaub gewonnen zeug da du kannst direkt dahinter noch trotzdem mal so so und du stellst jetzt hier Eisen was stopp 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 kalziumchlorid könnte ich aufheben aber ich habe hier gerade das tolle das da gesehen also brauchen einfach nur dreckiges eisenerz ich ja das hole ich gleich von oben und dann haben wir unsere ferric chloride solution und mit der ferric chloride solution können wir das hier alles machen dass wir alles gar nicht brauchen weil die superior boards brauchen wir noch gar nicht aber circuit boards brauchen wir ok 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 das wird gebaut in einer blauen fabrik blaue fabrik dahin du baust bitte die dinger da dafür brauchst du diese flüssigkeit und du brauchst du brauchst du brauchst du brauchst du brauchst du brauchst die da so wir brauchen noch dreckiges eisen das muss dreckig sein sonst funktioniert es nicht ist okay mir da oben ist auch mal schön dass es ein bisschen ordentlich wäre keine vorräte du da du da du da reicht glaube ich für das erste weil wir brauchen für die nur 0,5 von dem chlorine irgendwas ist okay so tränke sehen immer noch gut aus habe ich aber ja auch ein bisschen nachgeholfen sollte ich auch weiterhin brauchen wir ein paar mal davon da dreck eisen gut blubblubblubblubblub und die ersten circuit boards kommen schöne sache das heißt ich muss theoretisch automatisieren dass hier dreck eisen reingeschmissen wird und das hier salt salt board das da rausgenommen wird das heißt das ist auch wieder so ein ding was irgendwann voll läuft und ich müsste rausfinden was ich mit sodium hydroxid anfange ja okay und da sind die circuit boards man 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 okay wir haben die circuit boards wir haben die roten electric engines damit können wir dann zusammen die flying frames später bauen die wir bauen können sobald die vorschung da oben durch ist das heißt wir können uns jetzt darauf konzentrieren wieder strom weiter zu machen das wäre dann also das ist hier unten mal weg und ich muss unbedingt mehr slots für hier tool belt erforschen das ist echt ein wenig beschränkend so breche die mal ab und baue mal hier 14 von den tollen akku dingern so mach hier ein bisschen was weg weil wir wollten immer zwischendurch was weg machen und dann guck ich zu den farmen und guck wie das dann im resin gelaufen ist ob das genau so arbeitet wie es arbeiten sollte oder ob das irgendwie rummockt so das reicht schon da holzkummer mit äh irgendwie kommen da nur was was es es werden weniger kann es sein oder habe ich gerade die 26 da rausgenommen tu mal tu mal hier wenn ich die da abbaue kriege ich drei setzlinge ok ich habe aber ganz kurz resin durch laufen sehen ja da ist resin das heißt momentan staubt es sich nur weil einfach die fälle nicht voll sind ja ok es läuft so wie es laufen soll also wir haben hier unendlich resin später das heißt wenn wir irgendwie probleme haben machen wir einfach hier noch aus der anbieterkiste wenn die roboter denn da sind und wir haben durchgehend resin wir müssen also nicht hier das zerstören äh das ist ja wie Öl darf arbeiten äh warum kommt hier nichts weil kein kupfer da ist hier ist auch kein kupfer aber jetzt immer weiter brauchen später ganz viele batterien für lasertürme du hast was so das zeug wird nicht abtransportiert weil das zeug nicht abtransportiert wird weil das zeug nicht abtransportiert wird weil wir keine tinplates haben ja das ist kein problem tin müsste ja da hinten sein genau äh die lass ich mal da Zink haben wir irgendwie zwischen mehr als genug da genau 200 tinplates das ist sehr gut und schmeiß die tinplates da rein jo machen wir erstmal noch 100 weil ich glaub tin brauchte ich ja auch für diese komischen wires richtig äh solder da brauchen wir die solder plate für die habe ich noch nicht erforscht denke ich ist also auch gleich jetzt dran da flying robot frame braucht nur holzbretter das ist schon mal schön also die basic separate dinge äh wir bräuchten dann aber auch nicht die die da bräuchte ich jetzt als nächstes genau genau und die brauchen dann die besseren boards und die wo sind die anderen Kisten also lass mich raten die sind bei denen ja äh geh zurück geh zu die ne ist beides rot da sind die besseren Kisten ich will die standard Kisten haben da brauche Logistikroboter ja ok brauchen wir hellblaue Tränke für die können wir schon ne ich glaub die können wir schon ja mach erstmal Logistikroboter und Robo 45 von denen verdammt research ab das wird teuer ah das wird teuer 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 sei es drum sind halt Roboter Roboter sind toll und ich hab nicht nach den Soldering Board Dingern geguckt ja Gem Processing Fubi Laser Rifle Zeug Diamond Laser Rifle Battery 60 Laser Damage ah hier werden die besseren Replikator Dinger Solar Panels replizieren iiiiih da sowas müsste ich wieder bei anderen Forschungsanrichtungen machen ja ne ok was bist du Lithium Lithium Chlorid Lithium Chlorid Elektrolyse Lithium Kobalt Lithium Ion Battery achso das sind Batterien für den ja das sind Batterien für die Power Armor ich will nicht wirklich wissen wie stark die Power Armor inzwischen ist also die höchste Version mit all den ganzen zigtausend Mod Packs was sagt Stinke Power Stinke Power blinkt immer noch da unten ja aber da wir weiter expandieren müssen wir auch bald das da erweitern aber wir haben nichts gemacht was was das angeht wir haben weder Mauern weiter gebaut wir haben keine tollen Lasergewehre gebaut oder sonst irgendwas wir haben nur komische chemikaliöse Ketten gebastelt um die Roboter vorzubereiten aber ich könnte mal gucken ob hier sich ein paar Steine eingesammelt haben genau die nehme ich mal alle mit und schmeiß davon ne Menge hier rein damit wir so ja ihr müsst wieder nää nää warum warum achso tu Steine rein gib mal ein paar Steine passt das irgendwo nicht warum schnappst du dir alle ok du bist sehr gierig mach mal schneller ja die hier wollen nicht weil sie noch anderen Krams drin haben nehmen wir alle Krams raus sonst sollte sie das einigermaßen genau alles entpackt kurzfristig so jetzt bekommen wir Stein Ziegel und dann können wir dazwischen durch ein paar Mauern bauen und die Steine da wollte ich eigentlich im Inventar haben für diverse Bauarbeiten und um das hier so ein bisschen eckig zu machen ja also gerade unten das da stört mich das hätte ich gerne komplett gerade und hier zumindest gerade runter damit wir damit arbeiten können jo du gib mir mehr davon Logistikroboter sind fast durch das ist schön so warte mal die Flying Frames sind da richtig ja lass das nochmal kurz durchbauen damit wir die ganzen gelben Dinge gleich setzen können jedenfalls den einen da so und bau den 14 Flying Frames und ich hätte mir vorher wieder die Basic Dinger da abholen sollen oh mein Gott oh mein Gott äh hier zeigt mal wie wenig Strom wir haben 3 Giga Joule und es ist Nacht also gerade geworden wahrscheinlich genau 3,2 sind wir jetzt rum die anderen wieder oben drauf sitzen also eigentlich soll ich die gelben direkt oben drauf pappen das macht glaube ich mehr Sinn aber dann sieht es komisch aus wenn unten gelb ist und dann weiß und dann ja gelb und so ein Zeug so du mit hin und zwischendurch hier ein bisschen wieder umstrukturieren damit die Platten von hier oben nach da unten kommen wobei ich schätze mal so in 10-15 Folgen haben wir auch die ersten Construction Bots und die ersten roten Blueprints und dann könnten wir sowas auch recht schnell machen lassen aber Construction Bots ernsthaft erstmal hätte ich ganz gerne dass wir sehr viele Logistik Bots haben die den Transport von den ganzen Produkten für mich erledigen weil die haben so dermaßen viel zu tun ja dann können wir die ganze Automatisierung auch wesentlich besser gestalten vor allem die Tränkeproduktion ich glaube darauf werde ich mich am Anfang fixieren weil je mehr Tränke wir haben desto schneller haben wir Vorausschung und je schneller wir Vorausschung haben desto schneller haben wir tolleres Zeug und ne so geht das halt weiter die brauchen ja ewig oh aber bei denen ist das schön wenn ich ich sollte eigentlich fast also die tollen Sachen sollte ich alle selber herstellen damit sie sich verdoppeln können aber hoch verdoppeln mach mal hier Talente da ja Crafting Bonus ist schon recht hoch mach den mal auf ne schönen 5er Stelle die Zahl und das auch nochmal hoch so und hier machst du bitte das Werkzeug nochmal weiter von 2,5 auf 2,5,6 und das Ding haben wir immer noch ja ok weg so ähm gehen wir nach oben und holen die Basic Dinger da so Roboter können wir bauen und dann dann und dann wir nach oben